Gekletterte Seite. Nein, andere Seite. Oh Gott, ich seh'n. Aua, lügt doch nicht, war wieder andere Seite. Ich will nicht umfallen. Gibt hier irgendwie dicke Hits, aber ich weiß nicht. Oder bist du das? Ja, bist du. Ich hab dich umgeschossen. Aua, warum? Ja, ich hab dich nicht erkannt von so weitem. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, ich hab... Alter, was war denn das für ne RPG gerade? Das war ich. Alter, hat das geknallt. Das ist fast irgendwie eingeb... Was sind denn jetzt Stats eigentlich? Gar nicht. Es geht hier nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Ja, aber du musst doch was nett sehen. Wieso? Für was denn? Wir haben gewonnen, Jörg. Wir haben gewonnen. Der Krieg ist vorbei, Jörg. Wir haben Frieden gebracht für unsere neue Republik. Satz. Dumm. Wir haben gewonnen. Der Krieg ist vorbei. Mist! Sei schon. Das ist der Stats. Ich hab nix hier. Äh, äh! Äh, äh! 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 Kitschen! ist nichts passiert mir geht es gut wo war der zettel ist ein wunder gesprungen alter andere seite oben ist weg und noch der ist hier unten ist verdreht ja oder ja das stimmt mit ihm nicht ich werde gepusht oh ja Junge einer nockt ja 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 geil alter das war richtig knapp das war alles ultra knapp ja sind hier leute nicht macros für's liegen oder warum sind die bitte ohha ohha das kann sich kein ausser ach bitte ohha und dann haut er hin da rein ganz ehrlich ja ist gut Oha! Ich muss sagen, hab ich gesaved. Ja! Komm! Drück, drück! Alter! Das war das krasse Kontrastprogramm zu dem Spiel, wo wir gestern 20 Tore haben. Äh, keine Ahnung. Oh, schöne Sache, Jörg! Ich mach jetzt dafür. Ich bin stolz auf dich. Ja, das war nicht mein Spiel. Das hat funktioniert! What the fuck? Der Boost von hinten. Ich hab ihn irgendwie nochmal reingejumped. Ja. Der Boost von hinten. Der Boost von hinten. Der Boost von hinten. Huch! Das ist hoch für dich. Huch! Ich geh zurück! Ja! Huch! Huch! Was machen die denn? Huch!